Ich hab gern Kaugummis, ne Flasche Wasser und ein... Hallo? John! Amelia, hörst du mich? Alice? Was ist da los? John? Hallo? Sie müssen die Polizei rufen. Er ist todfürchtig. Ja? Denn ich hab ihm den Kopf weggepustet. Wer sind Sie? Viel wichtiger ist, was glaubst du wohl, wer du bist? Nein! Jetzt, wo du gezwungen bist, die Konsequenzen deines Lebens zu erkennen? Jemand schießt auf die Tankstelle! Holen Sie doch Ihr Handy. Sind Sie verrückt? Auf mich wird die ganze Nacht geschossen, aber kaum sind Sie hier, hört das auf einmal auf. Du und ich, wir kommen wohl nicht weiter. Wieso tun Sie das? Ja. Sollte ich Schuldgefühle haben? Wir beide, wir sind gleich. Ich bin nicht so wie du! Zu. Wir sind Überlebenskünstler.